Unser Thema ist Fussball. Fussball bedeutet auf Lateinisch «pedifolis», auf Englisch «socker», auf Griechisch «verdasswerer», auf Italienisch «calcier» und auf Französisch «football». Fussball singen und schreien Namen und fluchen, wenn ein Gegentor passiert. Ohne Regeln wird Fussball keinen Sinn machen. Die Regeln sind, wenn der Ball draussen ist, kriegt die Mannschaft den Ball, die ihn zuletzt berührt hat. Es gibt Einwurf, Eckball oder Abschluss. Die Premier League verdienen Profis durchschnittlich im Jahr 166'800 Schweizer Franken. Im Vergleich zu der Premier League ist das wenig. In der Premier League verdienen sie pro Jahr 2'835'000 Euro. In Schweizer Franken umgerechnet sind das 2'891'360 Schweizer Franken. Christiano Ronaldo ist der beste bezahlte Fussballer der Welt. Er verdient 406'500'000 Euro. In der Schweiz und Franken sind das 108'617'22'000 Franken. Im Vergleich zu einem FC Basensspieler sind es 56,8 Mal mehr. Beim Film haben mitgemacht Alva Mayer, Sabrina Coccibelli, Leila Porsche, Diane Mangold und Dils Hoffmann.